Verfluche dich Elgato! Wir haben Folge 4-7 schon längst aufgenommen, aber nein, Elgato hat sie zerstört. Hier seht ihr, wir müssen es natürlich noch normal spielen. Herzlich willkommen bei Padao, mein Name ist Nico. Mein Name ist Anja. Und ich bin der, der, was bin ich? Der Han-Yoshi. Der Han-Yoshi, nicht der Kuh-Yoshi? Haben wir jetzt einen Bauernhof? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ich nehme hier keine Trick-Anstecker. Wir haben den Level schon gespielt, wir haben ihn auch aufgenommen, aber Elgato fühlte sich nicht in der Lage, dass... Ja, eben nicht. Wir haben ihn ja nicht aufgenommen. Wir haben ihn aufgenommen, aber er hat die Aufnahme zerstört. Wir haben ihn gespielt, aber aufgenommen hat es nicht. Doch, ja, aber wir haben es aufgenommen. Nur Elgato hat es nicht aufgenommen. Weil, weil blöd. Deswegen werden wir... Oh Gott, oh Gott, ich erinnere mich. Ja, das ist der total lustige Level. Da unten ist zum Beispiel eine Sonnenblume, die habe ich aber schon. Komm, ihr geht weg. Nein, ich, ich, tschüss. Oh shit, ich komme zurück. Nein, tschüss. Dum, 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 dum. Hepplitz? Ne, wohl. Ah, wir treffen uns mal. Ah, oh Gott. Man kann die Dinger natürlich runterschlucken, wenn man die mitnehmen kann. Zack, bam. Ja, ich ziehe hier voll weg. Ich glaube, das ist einfach kein Zweispieler-Level. Das ist überhaupt kein Level. Ah, ah, ah. Ah, was hier drin? Das ist, äh, deswegen rushen wir hier jetzt so ein bisschen mehr durch, weil wir das ja schon gemacht haben. Anja? Äh, Anja! Ich will jetzt hier nicht rushen. Äh, drück doch mal deinen, deinen... Oh mein Gott. Wird es dann gehen auf, Vorsicht, ein Feind. Machen Sie Feind zu... So. Ah, durch das... Auf dem Gamepad-Musik. Wieso? Wenn es von rechts kommt. Oh ja, warte. So, Gamepad-Musik ist jetzt aus... Oh, jetzt habe ich natürlich nicht teuer. Tschüss. Oh, was drückst du denn? Oh mein Gott. Diese nervige, freundliche Musik noch bei diesem Level, wenn man sich denkt, nein! Nichts wird freundlich. Anja, was machst du denn da? Machst du, oder? Ja. Ah. Zack. Bam. Und weg. Ich will das hier einfach nur hinter mich bringen. Fum. Oh. Aber uns fehlt doch noch ein Knäuel. Ist doch egal. Das heißt, egal, ich will wissen, welcher hier schicker ist. Das will ich nicht wissen. Uns fehlt ein Knäuel, ja? Ja. Damit. Tschüss. Tschüss. Oh. Oh. Das war... Oh mein Gott, ich habe vieles Ding. Tut mir leid. Es war fast mit Absicht. Oh Gott. Oh, da ist was. Ach, hier sind seine Dudis. Guck mal. Wenn ich es dann hinbekomme. Jetzt geht es hier hoch. Leaving Earth. Aber ich glaube, das hatte ich schon. Oh. Und hier lang. Hier rein. Ah, komm. Ich sterbe. Was denn? Kränkelst du schon wieder? Das ist hier schon wieder immer noch. Mann, 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 Mann. Nicht mal für die Aufnahme bist du gesund. Was soll hier denn mit Blödsinn verteilt? Gar nicht. Ah. Na, man sieht auch wirklich gar nichts. Nein, nein, du siehst gar nicht. Da ist eine Wolke. Ist doch egal. Ich will ja einfach fett werden. Ja, aber die ist nicht durchsichtig gewesen, sondern... Was willst du denn jetzt? Da, die haben wir wahrscheinlich nicht gelingt. Ach, da ist nur heilen drin. Mann, Mann. Hier ist ein Knäuel hier rechts. Warte. Das ist der vierte. Ich glaube, den hatten wir schon. Nee, ich glaube, der hat uns gefehlt. Nein, sonst hätte das jetzt... Anja, jetzt bewege dich doch mal. Du stehst da total. Boah, ey. Können wir, dass das nie vorangeht. Was machst du denn da, Anja? Du bist total... Oh, nee. Ich gucke. Ich schluck dich runter. Nein. Oh. Nein, jetzt habe ich sie geweckt. Rechts ist ein Stück. Mann, jetzt drück dich doch wieder raus, wenn du dich nicht bewegst. Ah, ich dachte, ich schwebe. Oh. Oh Gott, jetzt dreh dich wenigstens weg, wenn du dir die Nase schniefst. Das ist ja ekelhaft. Ja, ich soll doch gucken. Oh Gott. Eigentlich solltest du spielen. Boah. Boop. Jetzt bin ich kognitiv heute nicht in der Lage. Hm, was ist anders? Hallo. Zack. Zack. Boop. 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 Oh, ja. Es ist vorbei. Und seht ihr so, Leute, findet man nämlich nichts in diesem Level. Genau. Ja, die Leute wollen jetzt aber wissen, wo alles ist. Naja, aber die konnten ja jetzt sehen, wo wir nicht lang gegangen sind. Und da wird nämlich alles sein. So haben wir den Leuten geholfen. Das dritte fehlt uns. Das dritte fehlt uns. Ja, das dritte. Dann hätte man da vorgucken müssen. Aber ist auch egal. Wir haben alle Sonnenblumen. Das ist das Wichtigste, damit wir dann natürlich die Special-Welt, nette Welt von wegen, wie er auch immer da schreibt. Teufelskreis schon eher, ja. Yeah. Und... Boop. Jetzt haben wir nämlich alle Level soweit geschafft, außer den Boss-Level. Und den machen wir jetzt. Und wenn wir hier natürlich alle fünf Sonnenblumen gesammelt haben, geht's in diese Special-Welt, die bestimmt richtig lustig sein wird. Oh Gott. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, wir freuen uns über Likes. Gebt uns natürlich Feedback in den Kommentaren unten. Abo wäre übelst toll. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Tschüss. Tschüss.